Oh, ein Menü! Und da sind wir wieder. Sieg! Nee, das wollen wir so ein Menü. Dann bleiben wir in Deutschland auch. Uhulori! Die bieten uns so wenig, ne? Wieso? Ja, 35.000. Und mal bedenkt, was klappacht der Vorstand uns gibt. Apropos Vorstand. Merci. Jetzt kann man immer noch. Warten wir auch wieder mit der B-Mach. Wenn wir uns jetzt gespielt haben. Ein dritter. Beim nächsten Spiel brauchen wir die Jungs. Puh, ich bin immer noch hier. Ich gehe ab! Die Böden! Die Böden! Warte! Ich gehe ab. Nu, ich gehe ab. PIN! So, Zweitmannschaft. Na? Alles fit in der Möhre? Ja du! Oeh! PAN! Oeh! 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 Hier heb ik er binnen ons te gaan. Dat is goed. Hier man. Oeh! 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 Wollen wir wieder so ein Torsche ziehen? Oh ja. Oeh! 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 Ja, bei Regen ist das immer nervig. Oeh! Oeh! Ein Ohr. Oeh! der Kamera. Aber nur mein Ohr. Wenn du dann kommst der Kamera ziemlich häufig. Ich weiß nicht warum. Die machen ziemlichen Druck, würde ich mal behaupten wollen tun. Dann setten wir mal ein bisschen auf beide jetzt. Vielleicht weil dir unsere Strategien geglaubt haben. Wir fordern nicht. Ja, der Karrieremodus ist halt so, dass sich das Spiel auf deinen Dienst anpassen kann. Ja, er drückt Ritter einfach weg. Alles klar. Ist in Ordnung. Du kannst halt nicht nonstop auf einem und derselben Strategie spielen. Wenn du weißt. Zeig mich. Sonst brengst du dich nur durch das Spiel spielt. Dann auch aus. Scheiße ist das Spiel. Nee, aber wenn ich mal jetzt ne. Dann ist der Gegner scheiße. Dann kommt nämlich mal eben so ein Eintracht Frankfurt. Und dann haut's dich auch mal weg. Weil du die ganze Zeit ein und derselbe Taktik kommst. Und die selbe Aufstände und so. Und zwar haben sie nicht alle Züge raus, weißt du. Dann kannst du noch so hart kriegen. Dann kannst du noch mal weg. Na 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 na. Das ist noch nie passiert, wa? Also nicht, dass mir das so weit aufgefallen hat. Das ist ja echt aufgefallen, ja. Weil es fizzelt noch ein bisschen. Okay, jetzt wird's ja noch stärker. Ja, gerade weil's noch nie passiert ist, meinte ich ja. Wurscht, wo passt der hin? Ja, leid. Fällig schwule Aktion. Der Wind halt. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Ja, das will ich vielleicht noch mal sehen in meinem Video, oder? Wir haben was zum Spielen hier unten vorbereitet. Wir sind jetzt gerade mal bei der ersten. Soll das weitergehen? Besonders wohl, Elka. Was mich ja gerade stört ist, dass wir intellektuell von fünf Babykaka sagen werden. Ja, das ist ja so. Das muss ich nicht machen werden. Ja, das ist ja so. Ich würde mal zu sehen, dass wir das nicht machen können. Ja, das ist ja so. Und da ist ja so, dass wir das nicht machen können. Weil die sich eh denken, naja, dann lassen wir mal die Praktikanten als Testversuch daran. Das ist ja eigentlich der Grafik-Highlight, ne? Naja, das kannst du so nicht sagen. Ich dachte, dass das quasi eine Simulation ist. Ja, eine Simulation, die schon extrem lange existiert. Ja und? Hast du wieder einen Lack? Also dieses Mal werde ich's nicht hingehen unter, ähm, mit Warten die drei Fifa-Videos hochzuladen. Weil jetzt nicht diese meinen eigenen Spiele-Let's Plays lade ich ja dann immer hoch, wenn ich sonst ein anderes Video bekomme. Eins davon. Weil eben halt, äh, ganz mehrere Videos sind. Jetzt das zweite Video ist ja dann eines von meiner Karriere. Meine Fresse jetzt oder durchgehen lassen können, so Vogel. Weil ich denke mal, wer nur ein Fifa-Video nach dem anderen sieht, dem interessiert das dann eh auch nicht mehr, ne? Ja, und ich denke mal, wir warten. Und dann kommt das dann oder nicht weiter. Ja. Wo ist die Wissen bei der Beine durch? Ja. Das ist ein uber Mann ja? Ja. Die Stör mal immer der Nummer, ne? Das ist ja so, ne? Das stimmt nicht. Ja, ne? Das stimmt nicht, ne? Ich bin so nicht. Ja, ne, ne? Ja, ne? Da gibt's ja, ne? Diese Möglichkeit, keine Störmer hier. Ja, ne? Ich bin ein kleines Stück. Ich meine, wenn du ein neues Geld hast, kannst du einen Leuchtturm ansetzen. Ja, das ist schon hier. Oh, die Kipps der Rügel ist. Das wird jetzt gefährlich. Jetzt könnt ihr die Flanke den Fahrverbrauch bringen. Tja, und setzen wir neben. Ich muss mal kurz was ändern für dich. Was ist denn? Ich hab die Flanke, ich hab da nicht drauf. Ich schau doch mal, ich hab da den draufgegeben. Und heute ist es noch rein. Ich hab die Flanke, aber du nicht. Ich hab die Flanke drüber. Und da war er nicht. Schaut noch gut aus. Er steht 2 zu 9, bis er fliehen sie hier ohne große Probleme. Weil gut, da musst du noch ein Tor machen. Patrick. Ja. Patrick, es bringt aber Boni-Punkte, ne? Ich glaub schon. Also ich mein jetzt, äh, dass der mehr als ich nicht, dass wir mehr dadurch in Kohle bekommen. Das ist ja gut möglich, ja. Ja, da wird ja auch die Chance nehmen für den Spieler des Monats. Der ist so glatt, wenn er doch noch rein gejumpt wäre. Richtig. Wir haben ja auch die Torunen. Und das ist so glatt. Und auch noch ein Schuss, bitte. Und auch noch ein Schuss. Und dann. 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 Dünner, guten Ali, uns wird von der Kamera erklärt. Vielen Dank. 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 Okay. Ja, Nase. Ja. Nein, danke. Ja, Atletico. Ja, Ja,